Hallo, grüß euch. In unserer Nutzwertanalyse sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir schon unser erstes Kriterium errechnet haben. Also unsere Hanglage ist erledigt. Jetzt geht es darum, den Abstand zu Siedlungen zu errechnen und ebenfalls zu reklassifizieren. Und das geht folgendermaßen. Also ich ordne hier wieder mal ein bisschen was. Und wir haben ja unsere Realraumanalyse. Und die sagt uns ja, wo Siedlungen sind. Schauen wir noch mal in die Attributtabelle. Wir sehen, es gibt hier irgendwo Bebauung. Das ist das, was uns interessiert. Das sind dann eben die roten Flächen. Und wir wollen jetzt quasi zuerst mal alle Bebauungsflächen isolieren, sozusagen, um sie dann später, um später den Abstand zu diesen zu berechnen. Ihr kennt das vielleicht eh schon, aber man kann eben das Werkzeug Select by Attributes verwenden. Das findet man entweder, wenn man hier in der Attributtabelle einfach links draufklickt und dann Select by Attributes. Der Button hier macht das gleiche. Ihr könnt auch oben auf Selection gehen und ebenfalls Select by Attributes. Da oben müsst ihr allerdings darauf achten, dass hier der richtige Layer ausgewählt ist. Ich mache es gerne aus der Attributtabelle. Da weiß ich schon, wo ich in welchem Layer ich bin. Klicke auf den Button und wir wissen, es gibt eben hier die Spalte mit Class und das sind die Namen drin, die uns interessieren. Ich klicke da mal drauf und wenn hier was ausgewählt ist, hier oben und ich klicke hier auf Get Unique Values, dann zeigt er mir alle Sachen, die darin vorkommen. Dann wird das ein bisschen übersichtlicher. In unserem Fall interessiert uns eh nur die Bebauung. Und jetzt müssen wir ihm sagen, dass wir das auswählen wollen und das muss man so anhand einer Art Formel machen, die man hier unten reinschreibt. Zum Glück muss man nicht alles selber tippen, sondern man kann auch dieses Werkzeug verwenden, indem man hier oben einfach z.B. mal doppelklickt. Wenn ich hier einen Doppelklick auf Class mache, schreibt er das unten rein. Das heißt, wir wollen, dass innerhalb der Class alles, was Bebauung ist, ausgewählt wird. Es geht ganz einfach so, dass ich sage, Class ist gleich und dann kann ich auch hier auf Bebauung doppelklicken, Bebauung. Und diese Formel sagt eben, also wenn du auf Spalte Class wähl alles aus, was Bebauung ist. Wir sind ja immerhin im Select Feature. Und wenn ich sage Apply, sehen wir, dass das auch passiert. Das kann man nur schließen, die Auswahl bleibt bestehen. Wir sehen hier alle roten Flächen, sprich die bebauten Flächen, die Siedlungen wurden ausgewählt. Plus wir sehen das auch hier in der Attribut-Tabelle ganz gut. Also auch wieder kontrollieren, ob das eh Sinn macht. Gut, jetzt haben wir unsere Bebauungen ausgewählt und um die separat zu haben, wir können jetzt damit eine eigene Vektor-Layer, eine eigene Vektor-Datei, ein Shape-File erstellen, indem wir jetzt auf die Realraum-Analyse, in der das ausgewählt ist, rechts klicken. Und dann kann man hier sagen Data und dann gibt es Export Data. Er merkt eh, dass da was ausgewählt ist. Das heißt Export, hier ist eingestellt Selected Features. Das passt. Trotzdem einen Blick darauf werfen. Das heißt, wir wollen exportieren, was wir ausgewählt haben. Welches Koordinatensystem soll er verwenden? Da sagen wir einfach, er soll das gleich lassen. Hier könnte man auch was anderes einstellen, wenn man will. Und jetzt, wie immer wichtig, wo wird das Ding hingespeichert? Jetzt hat er nicht automatisch den Pfad übernommen, den wir ursprünglich mal eingestellt haben. Das betrifft nur nämlich nur die Raster. Hier wollen wir aber ein SHP, ein Shape-File exportieren. Und da müssen wir den Ort jetzt selber nochmal suchen. Ich klicke da auf Browse, gehe dann in meine Aufgabe 3, in meine Geodaten und ich habe ja eh am Anfang einen Vektor-Berechnungen-Ordner erstellt. Da kommt das jetzt rein, damit das alles seine Ordnung hat. Und wie nennt man das? Ich nenne das jetzt einfach mal Siedlungen. Dann ist es klar, was es ist. Ein Vektor mit den Flächen der Siedlungen. Gut. Save und OK. Dann macht er das und fragt mich, ob ich das auch gleich hinzufügen will zu meiner Karte. Ich sage ja. Warum denn auch nicht? Das liegt jetzt da. Wir haben jetzt ein leichtes Überblicks-Problem. Nämlich, dass die Auswahl ist immer noch sichtbar. Und die Auswahl von Daten, also wir haben ja die Auswahl immer noch in der Realraum-Analyse, die liegt immer über allem drüber. Seht ihr, was ich meine? Deshalb ist es eine gute Angewohnheit, wenn ihr fertig seid mit der Auswahl und ihr braucht sie nicht mehr, dass man die wieder weg macht. Und das geht am schnellsten mit diesem Knopf hier. Der weiße Knopf, Clear Selected Features. Da klicke ich einmal drauf und die ganze Auswahl ist weg. Dann ist es wieder übersichtlicher. Ich blende das mal aus und jetzt sehen wir da unsere Siedlungen. Ich färbe die jetzt auch ein bisschen roter ein. Oder orange, keine Ahnung. Auf jeden Fall, damit man sieht, das ist das Ergebnis. Wir haben jetzt ein Shape-File mit nur unseren Siedlungen. Gut. Das war einmal der erste Schritt. Jetzt machen wir die Abstandsberechnung. Und das ist wieder ein Tool in unserer Toolbox. Das heißt, ich schaue da rein. Und da gibt es eh einen Ordner, der heißt Distance. Und da drinnen gibt es die Euclidean Distance. Die euclidische Distanz. Warum wir genau die nehmen, will ich und kann mich wahrscheinlich auch nicht gut jetzt erklären. Da geht es um mathematische Hintergründe. Wir verwenden auf jeden Fall immer das Werkzeug Euclidean Distance. Klicken wir drauf. Hat jetzt ein bisschen mehr so Zeilen, aber im Grunde müssen wir wieder nicht zu viel einstellen. Also, was wir immer brauchen, ist Input, Raster or Feature, Data Source. In dem Fall nehmen wir jetzt was? Wir nehmen unsere Siedlungen, weil wir wollen den Abstand nur zu den Siedlungen wissen. Output Raster hat jetzt wieder den Pfad. Das ist nett. Und da vergeben wir jetzt einen sinnvollen Namen. Ich würde sagen Dist für Distanz. Siedl. Ja. Ich kenne mich aus. Das ist das Wichtigste. Das heißt, den Abstand zu den Siedlungen. Die Sachen, die man hier optional einstellen kann, brauchen wir jetzt nicht ändern. Eigentlich reicht das jetzt schon. Mehr müssen wir nicht einstellen. Die andere Sachen hat er eh übernommen von vorher. Also, wir können einfach OK sagen. Und dann arbeitet er hier ein bisschen vor sich hin. Und wir sehen, das Ergebnis sieht so aus. Können wir auch gleich wieder eine Plausibilitätskontrolle machen. Wir sehen schön hier unsere Siedlungen. Und die liegen quasi jetzt wie so Inseln in diesen Farbstreifen. Und es ergibt aber Sinn, weil je näher an der Siedlung es ist, desto gelber ist es. Da sind wir wieder hier mit diesen Werten. Und je weiter weg es ist, bis hin zu blau, das ist hier ganz oben, desto weiter weg ist es von der Siedlung. Also, das passt. Und somit wäre auch schon unser Siedlungsabstand errechnet. Der nächste Schritt ist wieder klassifizieren mit dem Reclassifier-Werkzeug. Das zeige ich jetzt aber nicht nochmal her, weil das habe ich eh schon in einem anderen Video erklärt. Und die Vorgehensweise ist eigentlich die gleiche.